Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben, hier heute zu lauschen. Und zwar zu Hause am PC, am Computer. Und ich möchte Ihnen zunächst einmal vorstellen, wer mit mir hier auf dem Podium sitzt. Das ist Johann Dinkel. Hallo. Und zwar von der Swimmers Sand GmbH. Wir werden Ihnen hier heute eine Kampagne vorstellen, die etwas Besonderes beinhaltet. Und das wird unsere Rettungsschwimmer insbesondere freuen. Denn wir stellen Ihnen ein Produkt vor, das das Wohlfühlgefühl im Wasser nochmal erhöht. Und auch bei der Schwimmausbildung, also der Kernausbildung, der Kernaufgabe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kräftig unterstützt. Wir stellen Ihnen heute vor, und zwar das Fruchtsaftwasser. Und das kann natürlich niemand anderes besser als der Erfinder dieses Fruchtsaftwassers selbst. Und das, Johann Dinkel, bitte. Ja, danke Achim Wiese. Ja, Fruchtsaftwasser, was verbirgt sich dahinter? Nun, die DLRG ist an uns herangetreten, an unser Unternehmen und hat drei Wünsche und Forderungen formuliert, was dieses Produkt leisten soll. Das Erste war, wie können wir Rettungsschwimmer noch besser machen? Wie können wir zweitens Menschen, die unter Angst vor Wasser leiden, heilen? Und drittens, wie können wir die Schwimmausbildung verbessern? Nun, wir haben gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden der DLRG in Bad Nenndorf lange geprobt und entwickelt. Und am Ende ist dieses Produkt des Fruchtsaftwassers herausgekommen. Nun, was kann Fruchtsaftwasser? Wir haben festgestellt, gibt man Fruchtsaftwasser in das Schwimmbecken, werden 87 Prozent aller Rettungsschwimmer schneller im Wasser und auch die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu. Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass Menschen, die unter Aquaphobie, also der Angst vor Wasser leiden, durch die Gabe von Fruchtsaftwasser in das Schwimmbecken von ihrer Krankheit geheilt werden. Und drittens konnten wir feststellen, dass gibt man Fruchtsaftwasser bei der Schwimmausbildung ins Wasser, ist die Erlangung eines Schwimmabzeichens um bis zu 86 Prozent schneller als ohne Fruchtsaftwasser. Ja, und wir finden, das sind schon gute Werte, die dazu führen, dass Schwimmen noch sicherer wird. Und vor allen Dingen auch mehr Spaß bereitet. Es war einfach toll zu erleben und zu sehen, mit welcher Motivation die Kleinkinder ins Wasser gegangen sind und ihr erstes Abzeichen, nämlich das Seefädchen, geschafft haben. Und auch die Großen nachher das Schwimmabzeichen im Bronze beispielsweise. Und so der zum sicheren Schwimmer werden. Aber natürlich sind das nicht die einzigen Vorteile von unserem Produkt. Ein ganz großer Vorteil, und das kennen wir ja alle, der lästige Geschmack von diesem Chlor, der ist weg. Ja, und um das mal zu demonstrieren, ich habe hier ein Glas normales Wasser. Ich habe hier eine Chlortablette. Gibt man die rein, merkt man sofort, ja, man riecht. Das riecht schon wie nach Schwimmbad. Nehmen wir jetzt mal einen Schluck Fruchtsaftwasser. Hier haben wir, natürlich muss man sagen, es ist auch vegan. Mit Blaubeergeschmack gibt man nun dieses Fruchtsaftwasser in das Chlorwasser hinein. Merkt man sofort, warten Sie. Man gibt es rein, man hat schon einen guten Schluck drin. Viel braucht es nicht, es ist also auch sehr reichhaltig. Man rührt es einmal runter. Der Chlorgeruch ist sofort weg. Und ich probiere es jetzt mal. Ne? Ja. Es schmeckt angenehm. Und wie Sie sehen, haben wir die unterschiedlichsten, also eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel vom Gummibär für die Kleinen im Becken oder auch hin zu Avocado für die Großen. Für jeden etwas dabei, also für alle Badegäste. Ja, und das Gute ist, man kann sagen, wir sind schon langst über das Erprobungsstadium hinaus. Und Achim Wiese, ja, es wird dann auch bald eingesetzt. So ist es und zwar Fruchtsaftwasser wird es von Mai an von allen Schwimmbädern in Deutschland verpflichtend eingesetzt. Und das Gute ist, ja. Vielen Dank.